Verzeihung, Snape, ich hab dich gerade umgefahren. Aber ich buddel noch das andere auch aus. Steht der jetzt wieder auf oder? Nee, okay. Entschuldigung, 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 ich bin zu... Hoppala! Halt, halt, halt! Buddeln. Also lol, klar ist der Kuchen im Sandkasten, weil Sandkuchen und so, ne? Macht Sinn, ne? Habe ich das jetzt dann bald mal? Oh lol, da habe ich ein Slytherin-Teil. Ähm, alter, die Bewegung von dem Ding ist mega rotzig. Aus dem Weg! Ich kann damit nicht steuern. Buddeln. Das dauert auch überhaupt gar nicht lange. Möchte ich mal kurz anmerken. So. Jetzt kann ich davon aber wieder runter, weil jetzt kann ich nämlich... ...den Kuchen nehmen... ...und Dudley vors Gesicht packen. ...da. Friss, werd stark und mach das Tor auf. Boah, ich hatte auch gern Kuchen. Oh lol, wo bin ich denn jetzt? Habe ich gerade ein Bild umgehängt? Ich habe ein Bild umgehängt. Ich will nichts triggern aus Versehen. Achso, das geht nicht. Alles klar. Ach, wir sind im Haus. Vom Orden. Aua, 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 aua. Au. Warum schmeißt du denn mit dem nach mir? Was soll das denn? Ich finde es nicht nett. Und vor allem, wo muss ich das hinbringen? Ich habe jetzt irgendwas in der Hand. Weiß aber nicht, was ich damit tun soll. Aber das gehört doch hier hin. Oder bin ich doof? Ich bin doof. Okay. Kannst du da irgendwas... ...machen? Ja, du kannst die Wolke entfernen. ...gezettt. Okay. Harry. Ach, da, K. Da, K. Hallo. Du machst jetzt den Türknopf wieder hin, oder? Der gehört doch da hin. Jawollo. Guten Tag. Ich mag mich nicht, du Elin. Ich mag mich nicht, du Elin. Ach. Ach, stimmt. Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich... Ach, nö. Warum das denn jetzt? Warum das denn jetzt? Alles klar. Da ist auch was Blaues. Was kann ich da machen? Nichts. Kann ich wahrscheinlich den Zauberspruch noch nicht. Ich nehme an, ich kann die gar nicht antriggern, solange die Wolke noch über dem Kopf ist. Deswegen wechseln wir jetzt zu Snape. Der kann nämlich die Wolke wegmachen. Boom. Dann wechseln wir wieder zu Harry. Der nimmt hier... ...den Zauberstab auf und gibt ihn ihr. Und jetzt Knutschi, Knutschi. Vielleicht. Nee, doch nicht. Oh, so Bilderschieberätseli mochte ich früher voll gerne. Yay. Oh, kann ich verbauen. Warum? Warum? Okay, das musste ich sogar machen. What? Äh, J. Halb J. Genau, das wollte ich tun. Bin ich nicht smart? Ich bin so viel klüger in diesem Teil als wie im letzten. Das ist unfassbar... Nein. Die Steuerung ist halt immer noch rotz, aber... Pui! Aua. Nee, 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 Quatsch. Hier. Pui! Aua. Das ist doch scheiße. Ach, leg mich doch am Arsch. Ich komme da nicht hin. Kann ich die jetzt eigentlich kaputt machen? Nee. Ich kann nur den Brief von da drinnen da rausnehmen. Das da noch lösen. Wenn ich vielleicht mal lernen würde, wie die Steuerung geht. Da genauso. Roll. Okay, da ist nix. Da ist auch nix. Da ist wieder... Hoppala. Wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich hoch. Warum kam ich denn bei dem anderen nicht so weit hoch? Das ist doch doof. Lol. Oh Mann. Ich musste nochmal zurück. Hier sind doch so Rollen. Ich wusste nicht, dass ich die anditschen muss. 4 von 5. Achso, springt man. Entschuldigung. 4 von 5 und... Da, 5 von 5. Yes. Ein Ravenclaw. Hopfi. Tag, Herr Minister. Hoppala. Ich... Anstatt zu hüpfen... Mach ich immer... Au. Andere Sachen. Ui. So. Kann ich da jetzt noch ein paar mit drauf rauen und ich kriege noch mehr? Noch ein bisschen was? Ne, das war's. Habe ich das bei den anderen auch gemacht? Ne, da kommt nichts mehr. Äh, habe ich das hier noch gemacht? Ah, ha, ha, ha. Da sieht mal einer an. Was ich vergessen habe. Habe ich hier oben, ja, hier oben war der blaue, den ich nicht erwischt habe. Keine Ahnung, warum ich den nicht kriege. Keine Ahnung, warum ich den nicht kriege. Okay. Vielleicht kriegt Snape den. Hoppala. Nein. Hoppala. Entschuldigung. Ne, keine Ahnung, warum ich den nicht kriege. So. Dann schießt man auf den... Herrn Minister. Äh, du hast den Brief. Da, nimm Brief. Hier. Hier. Ich weiß, die immer so viel tanzen müssen. So, okay. Entschuldigung, ich musste immer mal wieder... Aufstehen hier gucken, weil ich habe morgen eine Briefung. Achso, ja, ich habe diese Klebeschuhe nicht. Ähm. Mir wurde gerade gesagt, meine Antworten sind zu lang. Das ist... Bullshit. Ähm. Du musst schwarz Magie... Äh, Magie. Schwarze Magie. Ja, ja, ich bin ein wahrer Zauberer, Gott sei Dank. Das heißt, ich kann es, ähm... Äh, es... Ne, komm mal her. Ähm. Hm. 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 Level abgeschlossen. Yeah. Da, da, da. Wir haben Dudleys Kumpel erhalten. Und wir sind ein wahrer Zauberer. Krass, ne? Und einen goldenen Stein. Und noch ein. Wir setzen die Geschichte fort. Äh, eventuell, wenn es mich lässt. Äh, hallo. Ach, mit J. Entschuldigung. So. Okay. Huch. Ach, ich kann jetzt wieder passel. Äh. Huch. Schülerngefahr. Ja, guten Tag. Was hast du denn in dem Schrank gemacht? Das ist Maria. Alles klar. Ich habe ganz schön viel Ärsche verloren. Hö, hö. Okay. Wir gehen wieder dem... ...dem Dudley hinterher. Der ist schneller als im letzten Teil, ne? So kommt es mir zumindest vor. Der fliegt nur so über die Map. Ähm. Falsche. So. Brutzeln. Da sind ein paar Steinchen. Halt. Da sind auch noch ein paar Steinchen. War ich das nicht hier schon mal? Ne, hier war ich noch nicht. Manchmal muss ich sagen, sind tatsächlich die... ...die Animationen so ein bisschen langweil. Weil du kannst nichts anderes machen, als einfach nur daneben zu stehen. Roten im roten Pulli freigeschalten. Und das ist halt dann immer ein bisschen lang. Tach, wer bist du denn? Hm. Ich werde die Findo aus und drück haben, auf rote Lego-Objekte zu zaubern. Okay. Ich kann jetzt auf rote Lego-Objekte zaubern. Mag ich. Äh, da ist noch... ...ist nicht durch. Ach, das ist ein Tagesprophet jetzt. Da denke ich schon, hä? Okay, ich habe zwei Tagespropheten schon gesammelt. Keine Ahnung, wofür ich die sammle. Ach, guten Tag. Weil das verrät bitte Spiel auch nicht. Ich glaube, ich habe heute Nacht wieder einen Ohrwurm von... ...Ähm... ...Umbridge Theme. Okay, ich will mal... ...ha... ...geht nicht, weil ich nicht durch die Wand kann. Alles klar. Okay. Hier. Ach so, halt jetzt. Okay. Okay. Ah. Ja, ja, einen goldenen Stein. Wofür habe ich den denn jetzt gekriegt? Weil ich zum ersten Mal Dinge ausgemalt habe. Okay. Hallo, kleine Pflanze. Okay. Äh, Haar. Und was mache ich jetzt damit? Entschuldigung. Äh. Ich frage für einen Freund, was ich jetzt machen muss. Ach so. Oh, jeder Moment. Da ist auch noch was. Jetzt habe ich sie jetzt gesehen. So viele Buds. Hinten sind auch noch welche, aber da komme ich nicht. Aua. Schön, die killt mich. Ist aber nett. Wofür war das denn jetzt gut? Why? Okay. Okay, ich habe den Sinn dieses, ähm, Zauberes, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Aber ich glaube, wir werden in ihren Situationen brauchen, wo ich nicht dran denke, dass wir die Scheiße haben. Äh. Zack, 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 zack. Jetzt haben wir hier eine... Oh Gott, jetzt geht es hier hoch. Alles klar. Okay. Wir haben eine Treppe gefunden. Äh. Äh. Das kommt hier hin. Das kommt da hin. Jetzt brauche ich... ...Krätze. Entschuldigung. Ach so, nee, halt. Da ist noch... Ich... Entschuldigung. Ähm. Da ist noch ein Deckel davor. Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt brauche ich wieder hier Mine. Da brauche ich Kretze. Nein, die Perspektiven sind überhaupt nicht scheiße. Alles klar. Dann hier mal weiter... Ach so, jetzt bin ich wieder bei Harry. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich vertausche die zwei immer. Also die zwei Knöpfe. Und mir schläf mein Fuß ein. Ah. Ich muss mich umsetzen. So. Äh. Da. Ich brauche Haar. Ich habe aber voll Hunger. So. Jetzt habe ich ein Fischchen hier raus. Das Fischchen kommt in den Tank. Und damit habe ich jetzt alles. Die Finglu. Freigeschalten. Yay. Goldener Stein. Ich habe krass. Ich habe so Hunger. Holla, die Waldfee. So. Okay. Wir können wieder gehen. Wir sind jetzt erstmal... Oh lol. Ich glaube, sie hat noch einen Stein gefunden. Hoppala. So. Gehen wir wieder da hoch. Wo will der Gute hin? Wieder runter. Dann nach links. Ach so. Ja. Natürlich. Wir müssen es gleich anwenden. Yes. Kronleuchte wird es, ne? Ja. Ich glaube, die Kerzenhalter. Die Hände kann ich wieder kaputt machen. Okay.